Oh, da ist Kohle. Wann hast du das nicht mitgenommen? Habe ich eine Hacke? Okay, hast ja recht. Ja. Aber so dreist wie ich bin, werde ich mir gerade... werde ich das abbauen. Weil irgendwann reichen die Fackeln nicht mehr, ne? Hast du schon mal so weit gedacht? Ja, klar. Hast du eigentlich mal klicken, der Maus? Nein. Mein Gott, die Maus spielt verrückt. Was ist denn jetzt los? Batterien alle. Das hat keine Batterien. Wieso? Du hast doch Funk. Nein. Ach, hast du mit Dingsons in Betrieb. Mit Kabel. Ich hab doch die Logitech-Maus. Ach, du spielst denn mit deinem Laptop. Stimmt. Ja. Das hab ich ganz vergessen. Mitdenken macht Freude. Nein. Der Schlimmste ist, ich spiel noch mit den Standard-Texturen. Ich kann dir nachher welche Texturen-Packs schicken, wenn du möchtest. Sehr gut. Das heißt, ich schicke dir den Download-Link. Achso. Zum Schicken sind die zu groß. Wie groß sind die denn? 90 oder 100 MB. Größer als Minecraft alleine. Ja. Wenig Kohle ist das nicht, was ich hier gefunden hab. Das ist schön. Ich bin jetzt bei 15. Oh, das ist doch was. Hm. Bin ich jetzt irgendwie nicht mehr ganz... Achso. Ich hab... Ich hab... Ich wusste eben gar nicht mehr, wie die Wand hier verläuft. Also... Ich... Weiß nicht, welche Wand du meinst, aber... Die... die kaputt gegangen ist. Achso. Aber ich bin's ja gewohnt, dass du in Rätseln sprichst. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau wie vorher ist, aber... Das muss es ja nicht. Nee. Muss... Irgendwie ist das doch anders jetzt. Es sieht wirklich anders aus. Gehst du mal? Hast du einen Creeper mitgebracht? Nein. Und was... Stolziert ihr denn da hinterher? Oder zumindest höre ich. Ah, ein brennendes Zombie. Ein brennendes Zombie? Naja, sagen wir nicht so. Ha, ha. Nein, es ist nur ein Bug. Bei mir. Es steht still. Es macht nichts. Es brennt einfach nur. Dann lass es brennen. Baust du wieder eine Tür, bitte? Hm... Wo bin ich eigentlich verunglückt? Doch, da hab ich eine Tür. Da, wo ich verunglückt bin. Ich hatte ein Schwert gebaut, aber das nehme ich mir jetzt. Das ist in Natur. Ich möchte... Im Moment keins. Ich... Ah! Wo sind meine ganzen Sachen? Wo bin ich gestorben? Hier. Du hast meine Sachen aufgesammelt, ne? Hab ich nicht. Bin unschuldig. Wo bin ich denn gestorben? Weiß... Kann ich das... Zurückverfolgen? Dann... Wäre... Wäre angenehm. Ja. Nein. Nicht wirklich. Jetzt sind alle meine Sachen weg. Nein. Na toll. Ich bin doch irgendwo hier. War das nicht... Habe ich die jetzt zugebaut? Das wäre ja... Ähm... Ja. Ja. Das ist aussagekräftig genug. Egal. Ich habe ja... Nein! Ich hatte einen 64er Stack Holz mit. Und Steine und eine Axt und eine Spitzhacke und... Och, Mensch. Eine Kuh. Die macht nun. Allerdings. Weil ich sie schlachte. Und du bist ja so fies. Ja, nein. Hust. Hust. Okay. Ich bin hier gerade bei, ein bisschen... ein bisschen das akkurat zu machen, aber... Ich wollte jetzt eigentlich anfangen, mit der Falle zu bauen. Wo wolltest du die denn hinsetzen? Oh, das siehst du dann, aber... Weißt du... Oh, ich bin doch ein Dödel. Ähm... Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Was ist dir eingefallen? Soll das unser Haupthaus bleiben, oder sollen wir ein neues bauen? Der Dreckklumpen soll unser Haupthaus bleiben. Okay, dann werde ich da... Nein, 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 oh, das war Frage. Ja. Habe ich das falsch betont, oder? Also, das bleibt unser Haus hier. Nein. Dreckklumpen soll doch nicht unser Haupthaus bleiben. Also, aber hier soll das an diesem Platz bleiben. Joa, erstmal schon. Ich meine, man kann ein Haupthaus ja immer verlegen, ne? Ja, aber wenn man sich jetzt so viel Mühe gibt und eine Falle, so wie ich die bauen möchte, da rundherum baut. Das wird mir eindeutig zu aufwendig. Können wir das Haus woanders bauen? Warum? Weil es für mich dann einfacher wird, eine riesengroße Falle zu bauen. Ich bin hier gerade am aushöhlen und jetzt sagst du mir sowas. Ja, aber ich finde es sowieso cooler... Wenn das Haus am Wasser ist. Ich habe auch schon den Platz dafür. Ziemlich dicht in der Nähe. Gut, gut. Du bist der Boss. Komm her, wir bauen unser Haus ab. Nein, das kann ja stehen bleiben. Oder nicht? Willst du das jetzt abreißen? Oh, er ist abgeschmiert. Dann werde ich mal kurz die Aufnahme hier unterbrechen. Oh, alles ist ausgegangen. Dann werde ich mal kurz die Aufnahme hier unterbrechen und bis gleich. Kannst du zählen? Ja, also ich habe die Aufnahme weitergemacht. Oh, ja. Also, liebe Freunde, Nachbarn und Kollegen. Oh nein, hau die Wölfe nicht. Die werden rote Haar bekommen, rote Augen. Und da töten sie. Oh, du bist so ein Held. Ja, toller Anfang. Oh, na toll. Jetzt will der mich auch angreifen. Ja, und ich werde von Schweinen und anderen verfolgt. Ja, das war nicht gut, den Wild zu machen. Nein. Kommt nicht wieder vor. Habe ich jetzt eigentlich gesagt, was ich sagen wollte? Ja, mein Internet ist abgeschmiert, deswegen dieses drunter und drüber und hin und her. Oh, Mensch. Oh, hallo, wuff, wuff. Hä? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ein Creeper in meiner Nähe ist. Oh, mein Hund wird ange... Oh, mein Hund ist tot. Mein Hund ist tot. Hat mein böser Wolf den gekillt? Nein. Eine Spinne! Oh, mein Gott. Jetzt ist der böse Hund tot. Und jetzt habe ich hier noch Zombies. Oh, die haben mich... machen mich fast tot. Ich bin noch nicht mal wieder auf dem Berg drauf. Scheiße. Zombies. Ja, sie verbrennen. Endlich. Aber ich mache da jetzt endlich wieder diese dämliche... Oh, Minecraft-Musik. Die höre ich natürlich nicht. Leider. Ja, leider. Aber ich... Ich glaube, die ist ein bisschen laut. Ich drehe die mal ein bisschen runter. Das sind noch mehr Hunde. Ich würde jetzt... Wölfe. Na, Entschuldigung. Wie komme ich auf Hunde? Weil... Los, geh rein. Ja, dann lass das Haus hier abbauen. Moment, ich bin doch hier gestorben. Meine Sachen müssten... Ja. Es ist gerade Tag, also ich würde jetzt sagen, wir beeilen uns. Ja. Nimm da alles raus und dann... Geil, dat los. Hier. Ach ja. Ich gebe dir noch ein Schwert. Könntest du, glaube ich, gebrauchen. Gib mir lieber eine Schaufel, dass wir das Sandhaus besser abbauen können. Nein, das brauchen wir nicht mitnehmen. Ja, gut, stimmt. Das brauchen wir nicht mitnehmen. So, bau die Öfen noch ab hier. Hier. Da. Das Schwert. Vergiss den einen Ofen nicht. Den machst du doch gerade. Ja, das dauert aber so ewig. Und, 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 und. Ich habe ein Schwert. Ich baue die Tür schon mal aus. Gut, komm, denn... Ich... Geh voran. Ja. Oh mein Gott, da kommt das Gelett, wenn das mich trifft. Oh, da sind Pfeile. Das hol ich mir noch eben.